herzlich willkommen zu meinem kurzen speed build hier bauen wir jetzt ganz schnell aus diesem kleinen dreieck einen kleinen teich mit wasserfall und einer brüche drüber ich hoffe es gefällt euch wenn ja dann lasst gerne ein like da schreibt mir in die kommentare wie ihr es fandet und bis später so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020